Super! Na, hat er, das kriegt er zurück. Und... So, was haben wir denn noch? Diesmal will ich das gut planen. Eigentlich richtig blöd, ne? Übrigens, jo, hi, willkommen, mein Name ist Daniel. Ich grüße euch zurück zu SBIT. Habe ich das überhaupt schon gesagt? Ich bin mir nicht so sicher. So, ich glaube, hier war noch... Äh... Ich weiß, das ist jetzt richtig blöd, aber... Stahl, überhaupt Stahl. Ach ja, das stimmt ja. Äh, wo habe ich... ...Berodungsring. Ich weiß, das ist jetzt richtig blöd, aber ich will mal gucken, wie weit ich das schaffen kann. Handflächenschlag. Strafener Blitz und Donnerklinge. Äh? Ich glaube, bei ist okay. Wo ist Handflächenschlag hier? Was mache ich hier? Was mache ich hier? Die Mondfahrt, Zerberausschlag. Heiler. Ja. Ähm... Ja, ist gleich vorbei. Keine Sorge. So ein Abspruchs wäre... äh... Wo war die nochmal? So... So... War nur eine Milliarde... ...Skills... Ach ja. Doppelte Demon-Faust. Doppelte Demon-Faust. Stimmt ja, einige... ...Dinger kann er ja jetzt... Er kann jetzt nicht nachgucken, ne? Warte, noch heiler, ne? Lass mich mal kurz machen. Ah, geht jetzt nicht. Ich höre aber auch nicht, was sie sagt, ey. Ich verstehe nie, was sie sagt. Sie spricht so leise. Wenn ich jetzt hier den... ...Sound wieder hochstelle, dann hört man wieder von mir nix. Ich hab keinen Bock, das hier einem Jahr mal umzustellen. Äh... Okay, wo ist das jetzt? War natürlich jetzt sehr... ...schön hier. Aber 5 Minuten gebraucht haben, um... ...diese Serie einzuhalten. So, wo ist denn das jetzt nochmal? Ich denke nicht, Abwehr, Grenzfieber... Zweiter Art. Dämonen-Faust, Heiler, Zerbausschlag und Stahl. Scheiße, den kann ich jetzt aber nicht. Bildes Gebrüll, Handflächenschlag, Biest. Ja, ich ändere die aber jetzt bestimmt nicht nochmal. Äh, machen wir mal. Heiler und... ...Stahl. Mal gucken. Guck mal her. Äh, achso. Ach, ich hab nicht... Mach mal, wieder. Ja. Okay. Ah, ich kann das länger machen. Spule. Boah. Oh, warte. Oh, warte. Und Lisa hat direkt Dingens angesetzt. Er macht dann eigentlich nur ein paar zusätzliche Angriffe. Okay. Cool. Dämonen-Faust. Warte irgendwie nachgucken auch. Das sind jetzt Dingens hier. Dämonen-Faust. Und aufsteigende Wirbel. Wirbel. Doppelte Dämonen-Faust. Verdammt. Max-Hervo-Schlag macht hier immer so einen zusätzlichen Angriff. Aber... Wird leider nicht so eingesetzt. Das ist scheiße. Kann ja nicht gedrückt halten. Bei den Analog-Stick. Ich hab das nämlich auf einen Analog-Stick eingestellt. Und... Ich kann das nicht gedrückt halten. Jetzt ein bisschen blöd. Jetzt! Stopp! Mila! Okay. Let's keep moving. Never stop improving. I need more strength. Aber egal. Das geht schon so. Erstmal Mila und... Rowan aufleveln. In der Auferstehung. Warum hab ich denn niemanden hier bei diesem Schlüssel? Verdammt. Reicht nicht. So, Rowan. Bei dir reicht's aber. Gott sei Dank. Ach ja. Du hattest ja nur einfällig. Ich Idiot. Mi-Idiot. Da hab ich nur irgendwie gesehen. Ich find nur einer. Maximal KP. Dafür brauchst du auch FP. Wow. Perfekt. Nimm mal hier. Nee. Nee. Weil du hast echt wirklich nötig. Wow. Das war gut. Ähm... Was haben wir noch hier? Nichts. Einen anderen habt alle. Gut. So muss das sein. Auf die geile Muck schon wieder. Der... Wir sind im Ötland und wir sind stolz. Und du siehst... Siehst... Komisch aus. Siehst aus wie ein Drachen... Insekt. Okay. Wat? Ostkampf. Nein! Du bist eins von diesen... Verdammt! Level 62. Na, warum denn nicht? Schaffen wir das? Er sieht nicht so schlecht aus. Oh Gott! Wow, komm her! Okay. Äh... Du siehst aus... Du bist bestimmt eins von diesen... starken Viechern. Aber... Okay. Jetzt geht's ab. Ha! No! Oh, zack! Müsstegeart! Ich glaube, das will ich es schaffen also. Cool! Bin ich froh darüber. Ja, so schlecht sieht's nicht aus. So lässt du eine von diesen Waffen, oder was? Na, warte und weine. Ich dachte, hier müsste so eine Waffe... Im Körper stecken. Ha! Ich hab meine Items eingestellt. Du kannst jetzt nichts mehr machen! Warte mal... Mysteriöses Juwel, Kräfte... Was? So ein mysteriöses Juwel! Tja, ich... Ich werr, lass ich diese Spuren am Boden? Geil! Ich werr, lass doch Spuren am Boden! Durch Dämonenfaust! Wie geil! Time for a Duet. Wiiiiii! So, komm mal her! Verdammt! wächst mal mit layer ich brauche mehr heilkraft du kannst ruhig die vier einsetzen habe ich nichts dagegen hier kann ich dann am besten also ich wollte ich die hoch weil wir schaffen war unsere objekte schrumpfen bestimmt also am posten wir stand ja auch war also stark wie einer we've got us have a problem und so beiden heiler sind kaputt super final gale verdammt jetzt gibt es aufs maul willst du denn nicht gut jetzt werden sogar unsere schwächsten angriffen noch ein bisschen stark das war layer nein ich wollte mit war ich bin mal klar und verzehrt geht er will nicht aufhören abzuwehren So, nix da. Ha! Zick, zack. Nein, hör auf. Wenn wir mal Elvin, oder auch nicht. Leia? Und. Und. Wüstegard. Boah, das kam gut drüber. Ah, Final Fury. Und gleich ist er tot. Ah, 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 ah. Wer war das denn? Haha, ich geh da weg und Wiela direkt. Aber, ich geh mir, danke. Tut's halt ein bisschen aus, ja, ich weiß. Und. Gleich bist du tot. Und dann freue ich mich. Oh, verdammt. Das hätte ich machen können. Doppelanze. Aua, nix töten. Aua, nix töten. Oh, geil. Jude, danke. Aua. Ey. Oh, was? Jetzt bist du wieder am Leben. Hm. Ich meine nicht, dass ich mich nicht freue, aber... Meine Füße leuchten. Oh, mein Gott. Ja, einfach, wie sie... Oh, nein. Wie sie einfach wiederbelebt wird. Äh. Wollte schon sagen, wir werden alle geilen. Nixer. Nicht zu steilen. Jawoll. Wow, das hat's gebracht. Ein mysteriöses Juwelier haben wir bekommen. So, was war das? Goldenertitel, Ausrottetat der Verderbnis. Okay. Das nehmen wir noch mit. Was ist das mysteriöse Juwel? Ja. Nee, von geheimlichem Verschönheit. Seinen Zweck ist vollkommen unklar. Das ist ja ganz toll. Dann weiß ich schon mal, was ich damit mache. Keine Ahnung. So, wo ist der Schlüssel? Der Schlüssel ist hier. Ach, überall Bewegung. Ach, du hast ja keinen Level ab. Boah. Okay. Wieder Auferstehung, ja. Nehmen wir das. Vielleicht ist das Paar zu Ende, Mann. Ich muss mich behalten. Hä, 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 hä. Keine Zeit mehr. Lise. Gut. Nio. Autorzeit. Und hier ist der Schlüssel. Und da hätten wir den Schlüssel aktiviert. Tipo Meister. War aber, glaube ich, nur irgendwann mit Spotten, ne? So, dann nehmen wir noch das hier. Tippe. Tipo. Bäh. Entschuldigung. So, was sagt denn hier? Ausritte, Herr Verderbnis, du hast jetzt den bösen Geist, Weib und Auge im Herzen der Welt besiegt. Okay. Aber ich würde sagen, das war's dann wieder für diesen Part. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xilla. Ich bedanke mich herzlich für's Zusehen und sage Tschüss.